Musik Musik Schickt man nachher Musik hier ist ein Eis hier gibt es Eis was du in Deutschland so gar nicht bekommst guck dir an da oben ist nur dieses Nogga und daneben sind die ganzen anderen Sorten so 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 Jetzt fehlen die Tauben. Die Tauben, die Tauben. Wuhu! Sommer! Sommer vleim. Naja, wir haben das nicht viel mit Schnellen. Zinn. 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 Alter, nee. Das ist jetzt so, was ich lesen kann, wie enttäuschend. Bist du enttäuschend? Du weißt ja, was ich lesen kann hier. Das ist jetzt so, was ich lesen kann, wie enttäuschend. Das ist jetzt so, was ich lesen kann, wie enttäuschend. Ist hier schön Ibiza-Style. Passt noch zu dem Auto. Bild machen. Das ist einfach wirklich. Guck mal, ey, du warst nicht mehr Ibiza-Style mit den Palmen. Irgendwo. Oh je. Da geht jetzt durch. Ist auf jeden Fall an der Christian schon gut nicht wahr. Jetzt hält die Insel. Hands up! Wuhuuu! Maxis-Gesautanlage! Das ist einfach himmlisch in die Landschaft. Kein Mühe irgendwo. So geil! Ferdobock, wo ist's? Ey, Döner! Pferdedöner! Ey, guck mal vor uns ein Expeditionsfahrzeug. Aus Deutschland. Echt jetzt? Ja, es ist ein deutsches Kennzeichen. Darf ich mal Kennzeichen zecken? TS, das ist glaub ich irgendwas mit Bayern oder so. Tja. 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 Katnimal da gehört uns. Tja. Tja. Ach ja, wir sind an unserem Urlaubsziel bis jetzt erstmal angekommen, Jan. Heute sind wir hier in einem Stadtzentrum. Wie hieß das nochmal? Ich hab doch hier die Landkarte mit. Wie die Stadt hieß? Mach mal die Landkarte auf. Wir sind jetzt hier in Nackskopf, irgendwas. Hier ist ein Zoo. Was? Da gehörst du hin? Hier, der Zoo! Hey, Jan, ich hab dich gefunden. Ein Lemur. King Julian. Hier, mach du mal. Kaum Küste, man sieht Stadtmitte-Küste. Und dein Opa Günther packt aus. Da, wisst ihr, wir sind jetzt hier so mitten in der Stadtzentrum irgendwo in Dänemark. Also, wie hieß das nochmal hier? Ich hab jetzt die Karte drauf. Insel. Guck mal was, der hat ein Brettchen. Na hier ist es. Das ist immer mega süß. Streicheln. Streicheln. Digga nicht, ey. So, das überfahren war wieder. Und das ist geil. Und alle Läden riechen hier halt irgendwie nach Keller. Alt. Ich hab Kevin verstanden. Das auch. Das ist hier so. Nein, Kevin stinkt ja auch. Komm, wir gehen mal kurz nach der Tür. Ich zeig dir das so. Dann gehst du hier lang so. Das riecht halt irgendwie immer alles alt. Da steht das Nackskopf. Guck mal an der E-S-Bar. Bist du in Florenza oder Rad? Wir sind gerade... Wir sind in Florenza. In Dänemark. Nackskopf. Nackskopf. Du könntest wirklich YouTuber sein. Bist du doch schon. Mach aber noch. Guckt euch das hier an, Alter. Candy Shop. Alles auf Englisch, Alter. Wir müssen hier manchmal rätseln, welcher Buchstabe was ist. Weil jetzt ist das Englisch. Und dann kommt dann wieder so aus dänischen Herkunft die Sprache. Und dann verstehst du kein Wort mehr. Dann kommt nur noch so ein... Eine Wundebache. Für dich. Dann musst du hin. Du musst Napf trinken. Dänemark ist expert. Das ist ja nicht so wie bei uns in Deutschland. Das ist ja hier so richtig ein Kuhkopfladen. Spielserie hier. Ja. Das sind die... Die Kinder-Serie. Das sind richtig krasse... Ich hab jetzt keine... Das rote Kreuz. Rote Klaus. Boutique. Guck mal, wieder ein Kuhkopf. Jetzt erstmal für mich und meinen... Dänisch Booster. Gibt's erstmal für mich und die an Dänisch Booster. Grüezi. Und wie schmeckt das? Ey. Die haben eine Party-Adresse bekommen. Wir haben uns eine richtig große Reisetüte voll gemacht. Gekauft gerade. Ein Candy-Shop, Alter. Das ist ja ein Luxus, Alter. So was hat man in Deutschland ja nicht zu erwarten erst. Guck, zeig mal deine Tüte hoch. Einfach. Ja, ihr wart. Davon haben wir für drei Wochen wart, Alter. Leute, ihr werdet das nicht glauben. Wir sind hier so mitten in der Stadt hier so. Hier ist eine Autofahrt, hier können sie Autos fahren. Wir sind so mitten auf der Straße unterwegs. Hätte ich jetzt nicht gemerkt, dass der Transporter der wäre, der ist einfach durchgefahren. Wäre ich nicht zur Seite gesprungen, hätte ich jetzt eine Motorhaube-Klatsche gekriegt, Alter. Die sind doch hier bekloppt, Alter. Die Dänen fahren einfach, ob da ein Mensch jetzt hier steht oder nicht. Jetzt weiß ich, warum die ganze Daumen tot sind. Bei mir? Naja, nicht nur wegen dir. Da lagen ja überall welche. Aber das ist doch nicht normal, Alter. Muss ich mich überfahren lassen, Alter? Das ist doch nicht behindert, Alter. Dicker, das wäre das schlechteste Urlaub ever, Alter. Der geilste Urlaub. Ich habe vom Auto angefahren. Wegen Dummheit. Party! Warte! Grüße von Dänemark! Party, oder was? Hui! Da ist heute Mainplatz. Haa, drei Platz Nationsord. Och! Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020